Guten Morgen, heute ziehe ich hier mein neues Lager ein. Jetzt wird es ein bisschen eingerichtet und dann gucken wir mal weiter. Ich habe einen PVC Boden hier, den rolle ich gleich aus und dann gucke ich mal wie das ist. Wie liegt die drinne? Also besser als mein Überseekontainer. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn ich hier fertig bin. Tschüss! So, die ersten Sachen habe ich schon rausgeholt aus meinem Überseekontainer. Wie ihr seht, ich habe gemerkt, ich habe nicht mehr Rasen mehr. Ich habe drei Rasen mehr. So, die pannen da weg. Freischneider, Stiehl aufs Corner, Top, Akku und Benzin. Hier nochmal die Heckenchen. Bleiben wir noch ganz lange von aus vorne. Und dann mal gucken, wie es jetzt weiter geht. Jetzt stelle ich mal den Anhänger noch rein. Und dann haben wir Platz. Brauche ich nicht mehr da außen stehen.